hallo und herzlich willkommen zurück will ich hoffen denn das würde bedeuten ich habe letztes mal zuges... du hast mich gehauen zugesehen und das würde mich sehr freuen denn ich bin Kinsey lasst uns in die erde buddeln ja hallo Leute, ja hallo nochmal, habe ich hier ein schickes Bettchen und Tische gebaut für mich und Kinsey dankeschön, ach ja das wollte ich auch noch zeigen, stimmt ich habe 59 X-Factor gerade gebaut, wir haben gerade ein bisschen was gecraftet eine ganze Menge wir haben ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen, ganz viel Rotzeug, ganz viel Steine wir haben ein bisschen einfach die ganze Welt durchsucht und Teleport haben wir jetzt auch, das bedeutet wir können uns endlich tief 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 in die Erde buddeln, wenn man hier mal rausguckt haben wir hier vielleicht noch ein paar Öfen umzugebaut, was wir jetzt auch tun Kinsey hält sich kurz in die Erde kommst du mit, warum er sich hier hin baut voll hässlich, ja dann machen wir noch einen Zaun um zu oder nicht ja, was ich weiß nicht aus von der Haustür nö, ich hab das nur in den Berg reingemacht ja, aber so mach einfach, mach mach, ich beschütze dich, ich bin in den Berg na gut, okay, du hast gewonnen hier so ein bisschen in den Berg und dann weil das Sporn auch irgendwie habe ich mir das Gefühl mehr diese, wie heißen die Viecher, diese Mio, Mirus wow hier, da wo die Steine sind am besten, ja genau, und dann mach ich da eins, zwei, zwei, und dann nach unten drei, 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 vier, und nochmal ein, zwei, drei, 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 vier und ab nach unten dann machst du vier ich, was, ähm, ich mach, ich mach immer so ja, aber brauchst du eigentlich nicht, wir müssen nur noch mach da einfach mal zwei nach unten ich find's so schöner ja, aber wir haben nicht so viel Zeit in der Aufnahme stimmt, hast du recht aber du kannst ja auch mitbuddeln ja, was ja Bullshit, dann kann man auch gleich immer zwei da bauen auch das, was du da gerade machst, ist komisch wieso? weil du jetzt nicht mehr hochkrammst ähm, ich hab Tele... ich hab nen Teleporter, ja, genau ach so, ja gut, das ist ja egal ja, dann lass du mal, bau du mal rechts, ich bau links das ist aber gefährlich, nicht, dass wir in Lava fallen ja, dann YOLO YOLO, sagt er, YOLO dann eh nur nicht auf Lava-Level, ja, deswegen wollte ich in hier eine Treppe bauen, du hast ja noch unten einen Fall zu bauen ja, komm, YOLO ich hoffe, du hast nichts Wichtiges im Moment, äh, ich guck mal, ja, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben ja auch einen Iron Sword, ne? oh, ich bin schon bei diesem Stalatide da unterkommt, glaub ich, Lava äh, deswegen fang ich hier auf ein Irony gefunden wollen wir, jetzt wo die Stalatiten anfangen ähm, hier mal einen Teleporter setzen äh, kann ich machen auch ja, wenn du das machst, das wär super ja, weil deiner ist oben im Haus, sonst wäre das schlecht ne, ich mein, einen von den, ähm, neuen Teleportern ne, ich hab's ja nicht mitgenommen, du hast gesagt, pack die weg pack die weg? hab ich gesagt, pack die weg, hab ich gesagt, komm die weg und erst mal zu mir und dann mach die unten dann lass ich die kleine Höhe, brauch mal ein Stalatid als Code ähm ähm da hab ich jetzt einen Teleporter hergestellt den hast du gerade ausgebildet aber du musst auch irgendwo spawnen können und wenn du dich jetzt runterbaust Stimmt So, ich hab einen, wenn ich von solchen Extraktoren klatschen Jo, klatsch weg So, noch mehr? Warte mal, ich mach ein größeres Feld für den Teleporter das geht so ja nicht Warum kann ich da nicht hin? Warum kann ich da nicht hin? Ich will rein Musst du die nur noch mal wegnehmen Ja, egal So, müssen wir sind auf die Zeitachsen Achsen Achsen, ja, die Zeitachse des Bösen Mhm Genau Du hast nur ein Obsidian Auch ein Obsidian, ein Iron Ist nicht so tüfte Bin ich enttäuscht So, wie lange dauert denn der letzte? Fünf Minuten, ey Das heißt, wir müssen aber doch noch mal vorbeikommen, warte mal Oh, können wir ja dann noch mal machen Nicht mal so runterbauen So, als Code mache ich hier ähm ähm, ein Stalatid Geht das nicht? Das ist Bordels Code Ich hatte nicht mehr Ahnung, wie man die baut Doch, ich weiß, wie das geht Ach ja, jetzt funktioniert's Ich war über ne Treppe noch ohne Baust du jetzt ne Treppe? Ja, so viereckig Und ab und zu noch ein Raus und mal ne Fackel rein, weißt du? Aha, das geht natürlich auch Ja, ich muss ja jetzt sowieso gucken, nicht dass wir dingstens, ähm, nachher Lava in der Fresse hab Oh, YOLO Wenn ich so tüfte Zack Oh, mein Handy geht steil, jetzt hab ich natürlich den Flugmodus ausgemacht, Scheibenhonig Scheibenhonig, Mami Einmal Scheibenhonig zum Mitnehmen, bitte Hallo Halt dich ein, ich spiel auf Risiko und hol dich ein Echt? Und ich bin in der Lava Regionen Puh, was hab ich Ich hab grad Ich pars Resiko gefunden Puh, jetzt hab was da bekommen Weil ich so runtergefallen bin weil hier eine Höhle ist, äh Aua Oh, oh, oh Was auch so Größte Mensch auf der Welt Hau den, hau den, Hau den Nicht mich Hau den Boah der läuft direkt in mein Bild Ich hab Legacy Todes Haust du ihn? Du haust ihn Da ist noch einer Die sind nämlich ganz böse Da ist noch einer. Und was ist denn so ein Riesentunnel nach unten? Wie sollen wir denn da hinkommen? Ah, das ist kein Riesentunnel. Ich bin... Oh, ich bin defeated. Ja, egal. Runter wieder. Komme ich da bitte hin? Mit dem Teleporter, den ich hier hinstelle. Warte. Wo stelle ich den denn mal hin? Boah, ich habe nur noch vier Frames. Nein! Ist das neu? Hey, ich habe mein Schwert verloren. Nein, Quatsch. Meins ist auch kaputt. Doch, es ist weg. Nein. Oder nein, ich hatte noch das Obsidians-Wort. Wie komme ich in den... Moment, noch nicht, noch nicht. Haben wir Stalaktit im... Ich habe ja kein Stalaktit jetzt. Ach, Kinsey. Mein neue Schmuck. Doch, wir haben Stalaktit. Ja, egal, kriegen wir wieder. Was legst du dich auch mit drei von den anderen? Was machst du denn? Du darfst doch nicht rein. Du hast den geraden Tunnel ganz nach unten gebaut, Kinsey. Ja, ich weiß. Das war die dümmste Idee auf der Welt. Ach, das kriegen wir schon hin. Ja, aber jetzt komme ich nicht mehr im Eingang rein. Ich komme im Eingang rein. Warte, warte, warte. Du kannst Blöcke setzen, das weißt du, ne? Ja, aber nicht im Flug. Funktioniert der Teleporter? Ja, der funktioniert jetzt. Und wie mache ich das? Einfach reingehen. Ach so. Bam! Kein Leben verloren, sehr gut. Wie, wie tief ist das? Ah, das geht nicht, nein. Ich sehe gar nichts bei dir. Oh, ich höre die Viecher schon wieder. Ich höre sie. Boah. Ich bin Kinsey. Obst du, dass mein Zeug in Ruhe, ey? Ignatius Rock? Ich kann... Wieso kann ich das nicht abbauen? Weil, mein... Gib mal, du schließt den Weg. Ich habe doch eine Obsidien-Malding. Oh, das ist ja nicht. Ich habe Mold. Ach, kann ich. Das ist einfach nicht. Egal. Mit der Eisen vielleicht. Ah, ich sehe eine Urne, aber ich komme nicht ran. Scheiße. Krutsch mit Kruz? Was ist deine oder meine? Ich weiß nicht. Das hier ist... Ich habe... Nicht mehr schauen. Ich muss nur... Ich bin defeated. Hm, war dann relativ... Ich hätte mir das scheiß Schwert leihen sollen. Mist. Ah. Okay. Vier. So, das erste, was ich jetzt mache... Ist erstmal einen Teleporter auswählen. Wäääh. Wäääh. Untergefallen. Scheiße. Bäm. Und ganz runtergefallen. Und dann stelle ich jetzt hier... Da... Nein, da einen Teleporter hin. Und mach den Code einfach einen Stein. Nein, komm, schnell, 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 schnell. Schnell. So. Ich bin da. Fickt euch alle. Aber egal, ich habe mein Schwert. Hast du einen Teleporter da? Moment. Ja, es... Musst du aber einen Tele... Mäh. Mäh. Oha. Oha. Ähm, ich brauche... Ich muss stellen einen neuen Teleporter auf. Und mach den Code... für unten. Ja, ich bin schon unten. Ja, ich bin schon unten. Ja, ich bin schon unten. Und da gehen sie down. Hast du gekillt? So, und dieses Portal hat den Code, aber teleportiert nach dem... Ne, möchte ich anders haben. Ach, scheiße. Wir müssen sie noch nicht. Warte kurz. So, jetzt brauchen wir die Iron Mining Cell. Wo sind die? Ich habe Hade mit, die brauche ich nämlich ganz dringend. Brauche ich ganz viele von dem Hade mit Zeug. Wofür brauchst du die? Diese Linus. Ähm... Für, ähm... Rüstung oder Unruß? Was? Für irgendwas brauche ich dir auf jeden Fall. Oh, was? Ich habe die Manten, oder? Oh, ich habe die Manten. Echt? Wer auch rein? Ja. Fritz, mein geiler Block. Und dann nehmen wir es noch ein bisschen Eisen. Ne, wo ich habe Lava gefunden. Läuft bei mir. Lava. Lava. Mr. Lava. Lava. Oh, oh, oh. Da hinten ist noch mehr Lava. Du, ich, äh, bullel mich noch ein bisschen weiter runter, ne? Ja. Rieh uns um. Nö. Was ist dein Ziel? Ich weiß es. Hade nett. Ah, was bist du denn von hier? Wo bist du? Du scheiße. Oh, oh, oh. Ach, ist zu dir gegangen. Alles klar. Ich habe gar keine Teleporter mehr, du. Oh. Ich sterbe. Aber wir haben einen Teleporter hier, keine Vernik. Das Problem ist, dass wir nichts zu essen haben. Ja. Bist du noch da. Bei mir bist du noch da. Ja, noch. Ich habe keinen, habe ich Tränke, aber ich habe Tränke bei. Wollte ich doch sagen, habe ich gerade hier gesehen. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Auf eins und friss. Auf eins, okay. Okay. Ähm, du hast noch zwei... Ne, hast du nicht. Du hast oben noch Teleporter, die nehme ich mit. Hier ist noch Iron. Oh. Oh, bam. Nach oben teleportiert. Also die Teleporter sind natürlich derbe praktisch, ey. Ich glaube mal deine Teleporter gerade. Ich will nämlich noch tiefer. Hier ist noch ein Iron Ding. So, okay. Krass. Ich weiß aber nicht, wie tief ich komme. Ich glaube als nächstes brauche ich schon die Diamond Mining Cell. Hier. Jetzt hast du gerade ein Leck. Ein bisschen, ja. Oh, hier ist noch mehr Lava. Das ist natürlich blöd mit dem Stein. Ich mache das jetzt anders. So, hier haben wir hier. So, hier haben wir. Das habe ich. Oh, hier gibt es auch diese Timuria-Steine, wie die Dinger heißen. Timuria. Tiramorulmuri. Was auch immer. Oh, oh. Ähm. Das war Stein. Ist das denn eine Höhle? Hm. Kurz durchschlafen. Kann sein, ja. Oh, 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 oh. Ich würde mich nach ein bisschen tief. Da ist ein Lava-Brunn-Monster. Ich bin jetzt Lava-Brunn. 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 Die brauchen wir. Oh, oh. Das ist Corrupted Stone. Das ging aber flott. Oh, 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 oh. Ich brenne. Oh, oh. Was machst du denn? Die Lava hat mich angezogen, ob ich nicht reingefallen bin. Ich stehe auf Corrupted Dirt, aber werde nicht verletzt. Na, das ist ja witzig. Also, ich bin hier schon bei der fast finalen Schicht, glaube ich. Die finale Schicht. Die finale Schicht. Die finale Schicht. Trevor-Red, Mosai-Dings, TNT Tier-2, TNT Tier-3, zwei Stück, und Adobe Red. Ja, läuft bei dir, ne. Und da hinten ist eine riesige Höhle. Na, dann lass uns doch mal erkunden gehen. Oh, 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 oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, die behinderte Lava wollte ich nicht umbringen. Echt jetzt? Ich schwöre. Scheiß Lava. Bin dann ja nicht angegriffen. Ah hier, Tourmalinen müssen wir mitnehmen, nimm gleich ein paar mehr mit, die brauchen wir immer wieder. Oh oh. Für was? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, das ist ja gut. Scheiße. Hier ist Lava, wo bist du denn? Ich suche mal den Parkhäu dran. Ach du Scheiße. Guck dir diese Höhle ab, dir diese Höhle abfacht. Ich komme, ich komme, wenn ich denn den Licht fände, ich habe gar kein richtig Licht hier. Sir, da, oh Sulfur oder was ist das? Ja, Sulfur. Boah, nochmal vier große Extractor, wir brauchen nie wieder Extractor erstellen. Ne, glaube ich auch. Ah, jetzt ist mir gerade die Facecam ausgegangen, das tut mir natürlich leid. Hm. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, habe ich 70 große Extractor. Sehr schön. Weil ich weiß, wie viele drinnen waren. Guck dir die Höhle an. Ja, die ist geil, oder? Voll geil. Lecker, deine Höhle. Oh, du brennst. Aua, 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 aua. Er brennt vor Leidenschaft. Ähm, ich habe Diamond gefunden. Echt? Hau rein, komm her, komm her. Du bist der Extractor, Mann. Ja, warte, ich komme. Ich würde kurz gucken, wie weit die hier hinten sind, diese hohen, meine geilen Diamanten. Boah, wir bauen uns nachher ein Diamond-Schwert, also nicht nachher, wahrscheinlich erst nächste Woche. Nächste, nächste Folge, ja. Wahrscheinlich. Ja, wir müssen das hier noch irgendwie absichern, weil das gefällt mir nicht. Ich kriege die Zeit. Hi. Soll ich dich noch am Aufnehmen? Wir sind noch am Aufnehmen. Meine Freunde ist gerade nach Hause gekommen, noch zur Info für die Zuschauer. Achso, und Paco sagt Hallo. Hi. Hi. Hi, sagt sie. Hi. Ja, es ist zur Zeit kalt draußen. Wo ist mein Diamant? Da. Boah. Sag mal, fließt die Lava hier? Oh, ihr glaubt mir, die kann ganz schnell fließen. Okay. Du kriegst auch Schaden, wenn du nur einen Block daneben stehst, ne? Ja. Oh, Viech. Habe ich erwähnt, dass wir bei 16 Minuten sind? Oh, wir sollten die Aufnahme beenden. Au. 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 Mach dich platt. Hm. Danke für die Items. Ganfer oder Eier? Sehr lecker. Hm. Oh, das Monster. Wo bist du? Ähm. Ich weiß es selbst gerade nicht so genau. Ich bin wieder bei Siltstone. Hm. Also ziemlich oben. Also das ist hier ein kleiner Lava-Bereich irgendwie, hab ich das Gefühl. Ähm. Kleiner ist gut, ey. Das ist schon... Oh, tu mal hier, nehm ich mit. Also, naja, ich mein, nicht klein, sondern, ähm, ne dünne Schicht. Dann sei doch froh. Fällst du nicht so tief. Haha. Hm. So, ich würd sagen, wir werden die Aufnahme, wir werden wahrscheinlich nächste Folge schon die Diamanten rausgeholt haben. Das denk ich auch, aber das dauert jetzt ja ein bisschen, ne? Ja. Die dauern... Ja, die dauern zehn Minuten, glaub ich, knapp. Ja. Aber ist egal. Ich sag nur alle einen. Wir brauchen eh Platz. Und dann gucken wir mal, wie viel wir insgesamt haben. Oh, ich freu mich, dass wir Diamanten gefunden haben. Es ging jetzt relativ schnell. Ja. Das stimmt. Ähm, wir müssen mal gucken. Eventuell werden wir demnächst wieder was aufnehmen. Es kann halt immer sein, dass wir schon was geändert haben, was privat so gebaut. Was heißt privat? Offscreen. Die Aufnahme, weil sonst ist halt langweilig großteils. Ja, wir bereiten immer ein bisschen vor. Für die Folge. 50 Stunden auf Slabs zu warten ist nicht so spannend. Sonst können wir ja mal gucken. Du hast ja die gute Internetleitung, denn streamt der Paco vielleicht mal. Ne? Haben wir ja vorhin auch schon besprochen. Also bei mir wird's nicht funktionieren. Oh, so? Wo brauchen wir das? Du, ich nehme das einfach mal auf Sicherheit mit. Okay, hau alles rein. Wir nehmen den ganzen Laden die auseinander. Ich frage mir das noch. Man weiß ja nicht. Was noch tiefer geht? Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Sorry, dass die Facecam ausgegangen ist. Irgendwie ist der Akku leer. Gut. Bis dahin. Tschaui. Eingehauen. Tschau.